Willkommen an der Waterkant Berlin. Hier entsteht bis 2025 ein modernes und nachhaltiges neues Stadtquartier. Das Quartier wurde ganzheitlich geplant und erhielt als deutschlandweit erstes Quartier einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft bereits vor seiner Fertigstellung die DGNB-Vorzertifizierung in Platin für seine Nachhaltigkeit. Die Waterkant Berlin erfüllt den Wunsch naturnahes und bezahlbares Wohnen am Wasser mit Aktivitäten im Freien und dem Leben in der Großstadt zu verbinden. Es entsteht ein neuer Stadtteil mit Nahversorger, einer Kita, Gewerbeflächen, Gastronomie und einem Yelby Mobility Hub. Darüber hinaus wird hier in Bauabschnitt 3 der Grundstein für einen Schulstandort sowie eine Jugendfreizeiteinrichtung gelegt. Bis 2025 planen die GEWO-Bag und die WBM den Bau von rund 2.500 neuen, innovativen, nachhaltigen und modernen Wohnungen. Davon sind 50 Prozent gefördert und 50 Prozent sind barrierefrei. Die Waterkant Berlin bietet für alle Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen ein Zuhause in attraktiver Lage mit günstigen Mieten. Ihre städtebauliche Struktur und die hochwertige Architektur sorgen für eine hohe Wohn- und Lebensqualität.